Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Oh Mann! Oh mein Gott! Yo! Oh mein Gott, das war so laut. Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute habe ich dabei neben Mo und die Liebe... Julia. Julia? Okay, es wäre cool, wenn du deinen Namen zeigen würdest. Nein, nicht du, das wäre ich. Ich weiß. Okay. Wir spielen eine Runde, wenn ich du wäre. Ach nee, gar nicht. Wie heißt das? Wer würde eher? Mit der Runde in Englisch. Tobi stellt die Frage erst auf Englisch. Dann werden wir sie auch antworten und dann schauen wir, was Mo machen. Das ist nicht cool, dass wenn ich sie auf Deutsch stelle für sie und dann mal wieder auf Englisch, was für ihr... Oh ja. Er ist die Frage in Deutschland und dann er ist die Frage in Englisch. Für jede Runde anders, okay? Also du f***st und du f***st. Ich bin immer der gute Mann. Okay? Perfekt. Okay, lasst uns anfangen mit der ersten Frage, Bro. Wer würde eher sein ganzes Vermögen spenden? 3, 2, 1, go. Ich habe keine Ahnung, du hast die Frage. Wie heißt ihr? Haben wir jetzt abgestimmt? Ich muss es jetzt machen. Ja, wenn es zwei sind, musst du es machen. You just basically made me poor. You just made me broke. The question was, who's more likely to donate his whole revenue. His whole income. And definitely it's not going to be me. Ja, ich habe 5 Euro auf dem Konto. Genau deshalb. 5 Euro gibt man eher aus als 25 die ich am Konto habe. Wer würde eher... Nee, nee, jetzt auf Englisch. Ach scheiße. Oh man, you are stupid in your heart. Du verstehst es ja sowieso nicht oft zu reden. Äh, who would rather accidentally spooning someone else? Jemand im Weg ist. Okay. Like an accident. 3, 2, 1, so safe. Hä? Ich kann nicht reden. Genau. Wer würde eher Kacka in die Hose machen? Das war mein Joker. Das war Kumpenswang. Worst du question, who would Tim say? Really? Also ich würde... Das ist ja jedem schonmal... Ist dir das schonmal passiert, nachdem du ein Kind warst? Ja. Dir auch. Aus Versehen, wenn man mal pupsen musste und dann kam auf einmal so... Ja, aber bei mir war die Kreatin genommen und dann hatte ich Durchfall. Warum ist dir das passiert? Naja, ich habe mich mit meinem Fußballlehrer getroffen. Was? Fußballlehrer? Trainer. Und dann? Naja. Ist egal. Kann ich nicht sagen. Okay. Nächste Frage. Who would rather forget his children in kindergarten? 3, 2, 1. Jesus, safe. Actually happened to me twice. I still miss my small boy Bernd. War die erste Frage, die ich verstanden habe. Was war die Frage? Wer eher sein Kind im Kindergarten vergessen würde. Ich dachte, das ist etwas ganz anderes jetzt, aber ja. Hast du gut verstanden? Ja. Aber ich wäre ein guter Vater, deswegen würde mir das nie passieren. Du hast doch schon Kinder, oder? Ja, zwei. Okay, nächste Frage. Wer würde eher behaupten, dass er der die Schönste ist? 3. 3, 2, 1. Oh, ja. Actually, ja. Actually, ja. What? Actually, ja. Actually, ja. Actually, ja. Okay. The question was, who would rather go, like, I'm the hottest in the room? Claim that you're the most beautiful. No? Yes, you are. You're always bragging about your beauty. Like, I look at me, I'm so beautiful. Was ist das? Oh, den müssen wir intensivieren. Sorry. Advertisement. Please put me back in. Ich zinsige, komplette Bildschirm mache ich. Einfach so einen fetten, schwarzen Klotz. Ja, warte. Ich mache alles so pixel über einen kompletten Bildschirm. So dumm einfach. Mach nur so einen kleinen Ausschnitt aus meinem Gesicht, der nichts entwickelt ist, dann war aufwändig, egal. Nein. Who would rather live in a zoo? 3, 2, 1. Bitte nochmal. No, no, no. 3, 2, 1. Why me? Why is that? You're crazy. I'm not crazy. I'm a normal guy. Das war's. You are crazy. Hast du die Frage verstanden? You are crazy? Hast du die Frage verstanden? Das war's mit Zoo, oder? Ja. Ja, aber war das wirklich die Frage? Ja. Was ist denn das für ein Spiel? Wer würde eher ein Kind in den nächsten zwei Jahren bekommen? Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, einfach so. Aber, I guess, that's true, right? Who is more likely to get a child than within the next two years? Yeah. Alright. And with you? We know more together. Who and you? So it's basically you guys doing it. Getting a child. Okay, okay. Fine for you? No. You got two years time. That's it. Who would rather delete all social media and stop using them for five years? 3, 2, 1. I'm pretty safe. Du? Du? Ja. Wer würde eher fünf Jahre auf Social Media verhaften? Verhaften. Verhaften? Ja. Dann sag mir doch die Frage, richtig. Wer würde eher fünf Jahre auf Social Media verhaften? Verzichten habe ich gesagt. Ich weiß. Du warst trotzdem. Oh man. Oh mein Gott. Ja klar, ich. Warum denn du? Weil ich auch noch andere Interessen habe, wo ich mich fünf Jahre damit beschäftigen kann. Zum Beispiel. Okay. Wie geht's mit dir? Warum? Warum? Du magst Social Media? Ja, aber ich arbeite nicht so viel mit mir. Aber Internet auch, richtig? Nein, nur Social Media. Okay. Also du sollst noch spielen? Ja. Und das ist meine Profession. Steam ist Social Media. Steam ist Social Media. Steam. Und? Ja. Du sollst nicht auch Steam sprechen. Nächste Frage? Ich verstehe gar nichts mehr hier. Kann auch sein, dass wir wieder zensiven müssen. Wer würde eher Akani streicheln? 3, 2, 1. Bro, what the fuck. Das ist so random. Ich bin so lieb. Ich habe letztens von jemandem gehört, dass ich so lieb zu diesem Hund bin immer. Alter, ich habe auf dem Heumarkt jemanden gesehen, der ein Schild in der Hand hat, dass du den Hund geschlagen hast. Wirklich jetzt. Das stimmt doch überhaupt nicht. But you're pretty sure about this, right? No idea, the question, bitte. But you're sure about it, yeah. Also auf jeden Fall. Du bist wirklich der größte Verrückte hier. Du bist der größte Soziopath. Nee, doch. Vielleicht könnte es aus Versehen mal passieren. Wie könnte es denn aus Versehen ein Hund? Ja, ich bin so am Kochen und dann springt der so rein. Dann gehe ich kurz pinkeln und ich merke es nicht. Ja, aber der springt doch nicht in deinen Topf. Wie fehlen die Wurte? Nächste Frage. I don't get why my videos aren't non-advertiser friendly, right? Ich heiße mal, alles wäre ich jetzt so zensiven reinhauen. Okay, who would rather forget to shower? 3, 2, 1. Das stimmt tatsächlich. We're, we're, we're we're. Yes, yes. Duschen vergessen? Ja. Oh. Aber einer muss ja gewählt werden. Warum nimmt es wieder selber? Weiß ich nicht, manchmal... Hä? Hilfe! Weiß ich, ja? Ja, ich bin's. Ich bin's. Ich stink. Äh, ist jetzt deutsch wieder? Ja, gut. Wer würde eher eine im Raum anwesende Person küssen, aber... 3, 2, 1. Ja, mach. Ja, das stimmt. Boah, das war ganz komisch. Who is more likely to kiss somebody in this room? Oh. Ja, obviously, it's me, right? Der soll aber keine küssen können. No, it's not a person. Und der Person, oder? Nächste Frage. Okay. Letzte Frage, letzte Mal. Okay, it's English. Who would rather do a handstand and end the video while doing it? 3, 2, 1. Irgendwas mit Handstand. Gut. Mo. Okay, Mo. Was musst du machen? Du musst eine Handschapp machen, das Video beenden. Ich kann keine Handschapp. Ich mach deine Beine fest. 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 Ich halte deine Beine fest. Und du musst das Video dabei beenden, Mo, ne? Und, warte. Du musst dich das Polister dabei anziehen. Was passiert hier denn? Einfach mal? Ja, fragst du echt, was passiert? Okay. 3, 2, 1. Ich knall nach vorne. Nee, nee. Ich halte deine Beine fest. Du musst dich woanders hinstellen. Ah! Geh schon mal auf den Boden, Mo. Ja, auf den Boden? Ich dachte, Handstand. Ja. Ja, du musst mit den Handschappen so. So, oder? Du musst mich halten. Ja, 3, 2, 1 und go. Ah! Und das Video beenden. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei mir vorbei. Schaut bei Julia vorbei. Oh! Ähm. Tschüss. Oh, Alter. Du Sau. Ciao, Leute, ciao.